Hallo und Servus! Ich bin Katrin, arbeite als Reiseberaterin hier im Münchner Büro und das möchte ich euch heute mal vorstellen. Das Kanusa Büro hier in München ist das älteste Außenbüro von Kanusa, fast 40 Jahre alt, also fast genauso alt wie das Hamburger Büro. Aktuell haben wir hier ein Team von sechs Kollegen und Kolleginnen und wer das genau ist, das zeigt euch jetzt der Frederik. Hi, ich bin Frederik, ich arbeite seit circa neun Monaten bei Kanusa. Wie ihr sehen könnt, arbeiten wir hier mit Stehtischen zusammen, was mir persönlich bei meiner Größe das Arbeiten enorm vereinfacht. Außerdem ist auch unsere andere Ausstattung topmodern. Ebenfalls sind unsere Systeme miteinander verbunden, so dass wir deutschlandweit mit den Außenbüros in Kontakt stehen können, was uns das Arbeiten sehr erleichtert. Hey, ich bin Sandra und arbeite seit acht Jahren bei Kanusa. Das ist einer unserer Beratungsräume, wo wir mit unseren Kunden die Reisen besprechen und planen, bis ihre ganz persönliche Traumreise steht. Natürlich beraten wir auch gern per Video, digital oder am Telefon. Und wie unser Frankfurter Büro aussieht, das seht ihr jetzt. Hallo und herzlich willkommen in unserem Büro in Frankfurt bei Kanusa Touristik. Ich bin die Sandra, ich bin seit 18 Jahren Kanusa Mitglied und freue mich, euch hier begrüßen zu dürfen. Wir sind seit knapp einem Jahr hier eingezogen und wie ihr seht, gibt es noch ziemlich viel Platz für euch. Es fehlen noch ein paar Möbel, aber die kommen genauso hoffentlich wie ihr bald zu uns. Hi, ich bin Kathi und ich bin seit knapp einem Jahr bei Kanusa. Gerne möchte ich euch noch den Rest unseres neuen Büros zeigen. Hier in unserer Küche trinken Sandra und ich sehr gerne unseren Morgenkaffee und haben zusammen unsere Mittagspause. Kommt mit in unseren Beratungsraum. Hier beraten wir unsere Kunden individuell und lassen Traumreisen wahr werden. Hast du Lust, Teil unseres Teams zu werden? Dann bewirb dich jetzt bei Kanusa. Because we want you!